Musik Die Pista war sehr gut, das kann man wirklich nicht sagen. Es hat ihnen alles gegeben, dass die Pista super wird. Es war auch wirklich super. Wir sind froh, dass die Schweizer so zusammengeholfen haben und das Rennen hier ermöglicht haben. Kein Schwung ist anders als wie der andere. Das heißt, es hängt noch links, es hängt noch rechts, es geht bergauf, es geht bergab. Man hat da wirklich alles drinnen. Es ist Adelbohnen. Es ist ein von den schwierigsten Riesentollen auf der Jahr. Aber es ist ganz cool. Es ist wirklich cool. Musik 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 Musik